Seit 50 Jahren gibt es die Hörnumer Jugendfeuerwehr und dieses tolle Jubiläum wurde am Samstag gebührend gefeiert. 1882 wurde auf der Insel Föhr die erste Jugendfeuerwehr gegründet, 1953 folgte die Gründung in Niebüll und 1963 die in Hörnum. Damit gehört die Jugendfeuerwehr Hörnum zu den ältesten Wehren in Deutschland. Momentan werden im Insel Süden 10 Mädels und Jungs an ihre zukünftigen Arbeiten in der Feuerwehr herangeführt. Einmal in der Woche wird geübt, Gerätekunde, Erste Hilfe, Übungen, Unteratemschutz, Funkübungen und vieles mehr lernen die 10 Kids. Aber auch jede Menge Spaß steht auf dem Programm. Ausflüge gemeinsamer Sport und Reisen stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl. Bei der Hörnumer Jugendfeuerwehr können Jungen und Mädchen ab 10 Jahren mitmachen. Alle, die in Hörnum wohnen und Lust haben mitzumachen, können sich beim Jugendfeuerwehrwart Sven Petersen melden.